Hallo und herzlich willkommen zu diesem Lernvideo, in dem wir uns mit dem Sinussatz weiter auseinandersetzen. Wir wissen bereits, wie der Sinussatz formuliert ist, und nun wollen wir auch einige Berechnungen am allgemeinen Dreieck mit Hilfe des Sinussatzes durchführen. Ich habe dir wiederum jetzt nun ein wenig zusammengeschrieben, was du bereits können solltest und welche Ziele wir gemeinsam hier haben. Und zwar, ganz wichtig ist es wiederum, dass du das Aussehen eines allgemeinen Dreiecks mit Eckpunkten, Seiten und Winkelmaßen auch bereits beherrschst. Das heißt, dass du auch ein Dreieck, ein allgemeines Dreieck auch zeichnen kannst und dort auch die richtigen Winkeln und Seitenlängen auch einzeichnen kannst. Und ganz wichtig ist auch aus dem vorhergehenden Video, dass du auch den Sinussatz bereits beherrschst, dass du auch weißt, wie der Sinussatz formuliert wird, bzw. wie darin auch Seitenlängen und Winkelmaße miteinander zusammenhängen. Wenn du dir hier noch unsicher bist, dann schau dir nochmals das letzte Video aus dieser Videoreihe an, wo wir gemeinsam auch diesen Sinussatz hergeleitet und auch aufgeschrieben haben. Welche Ziele verfolgen wir hier gemeinsam? Und zwar, ganz wichtig ist, dass du zunächst einmal auch Bescheid weißt, bzw. auch erkennst, wenn du ein allgemeines Dreieck mit bestimmten Seitenlängen und auch mit bestimmten Winkeln gegeben hast, wann und in welcher Situation der Sinussatz sinnvoll eingesetzt werden kann, wann du mit dem Sinussatz auch arbeiten kannst und auch darfst. Und dann ist es natürlich auch hier in diesem Video ein ganz wichtiges Ziel, dass du natürlich auch Berechnungen am allgemeinen Dreieck mit Hilfe des Sinussatzes auch durchführen kannst. Das heißt, zunächst Bescheid weißt, wann und in welcher Situation er sinnvoll eingesetzt werden kann und dann daraus eigentlich Berechnungen am allgemeinen Dreieck durchführen kannst. Dazu bitte nimm dir wiederum dein Arbeitsblatt zur Hand. Wir arbeiten jetzt nun gemeinsam an diesem Arbeitsblatt weiter. Beispiele zur Anwendung des Sinussatzes. Wir wollen also, das ist unser bekanntes Ziel, was wir auch im letzten Video schon formuliert haben, im allgemeinen Dreieck aus gegebenen Seitenlängen und gegebenen Winkelmaßen unbekannte Seitenlängen und Winkelmaße bestimmen. Und ein wichtiges Instrument ist dabei unter anderem der Sinussatz. Wir haben hier bereits zwei bekannte Formeln, mit deren Hilfe wir unbekannte Größen jetzt auch bestimmen können. Die erste Beziehung wäre unter anderem die Beziehung zwischen den Winkeln. Die Winkelsumme im allgemeinen Dreieck ist immer 180 Grad. Alpha plus Beta plus Gamma ist 180 Grad. Das heißt, wenn wir zwei gegebene Winkeln haben, dann können wir den dritten Winkel über diese Winkelsumme einfach und schnell berechnen. Und die zweite wichtige Beziehung in diesem Fall ist eben der Sinussatz. A durch Sinus Alpha ist gleich B durch Sinus Beta ist gleich C durch Sinus Gamma. Nochmals als Wiederholung, Seite durch den Sinus des gegenüberliegenden Winkels. Und dieses Verhältnis ist für alle drei Seiten und alle drei gegenüberliegenden Winkeln gleich. Wenn wir uns das erste Beispiel nun anschauen, auf deinem Arbeitsblatt, dann findest du hier ein allgemeines Dreieck mit einer Seitenlänge 42 mm und zwei gegebenen Winkeln 30 Grad und 80 Grad. Und wir sollen jetzt nun die Seitenlängen x und y hier bestimmen. Dazu müssen wir uns zunächst einmal anschauen, welche Seitenlänge und welche Winkelmaße wir gegeben haben. Wir haben x, unbekannt, aber den gegenüberliegenden Winkel 30 Grad, den haben wir gegeben. Wir haben auch nicht y gegeben, wir haben aber wieder den gegenüberliegenden Winkel 80 Grad gegeben. Wenn wir jetzt nun den Sinus Satz verwenden wollen und entweder x oder y berechnen möchten, beginnen wir mit x, dann brauchen wir aber auch ein dazugehöriges Verhältnis, in dem bereits alle Größen gegeben sind. Das heißt, dass wir einmal eine gegebene Seite haben und einmal einen gegenüberliegenden Winkel. Das ist hier nicht der Fall. Wir haben für 30 Grad die gegenüberliegenden Seite x nicht gegeben und wir haben für 80 Grad die gegenüberliegenden Seite y nicht gegeben. Und wir haben für 42 aber auch nicht den gegenüberliegenden Winkel gegeben. Das heißt, hier können wir die erste Beziehung gut verwenden, weil wir zwei Winkel gegeben haben, um jetzt den dritten Winkel bestimmen zu können. Das heißt, der dritte Winkel ist einfach Gamma, der ist oben vorzufinden, 180 minus 30 minus 80 Grad, das wäre insgesamt 70 Grad. Das heißt, dieser Winkel ist 70 Grad groß. Und jetzt haben wir Seite 42 Millimeter und den gegenüberliegenden Winkel 70 Grad gegeben. Also lässt sich auch daraus sehr leicht eben x berechnen, denn x durch den Sinus vom gegenüberliegenden Winkel, der wäre 30, ist gleich 42 durch Sinus von 70. Und damit erhalten wir, wenn wir diese Gleichung lösen, 22,3 Millimeter. Dasselbe läuft für y so ab. Das heißt, wenn wir y durch den Sinus vom gegenüberliegenden Winkel von 80 Grad gleichsetzen mit 42 durch den Sinus von 70 Grad, dann erhalten wir y aus 44 Millimeter. Das heißt, eigentlich durch das Errechnen des dritten Winkels können wir dann x und y relativ einfach mit Hilfe des Sinussatzes bestimmen. Aber das müssen wir zunächst erkennen, dass der Sinussatz hier nicht angewandt werden kann, erst dann, wenn wir mit Hilfe der Winkelbeziehung, der Winkelsumme, den dritten Winkel Gamma bestimmen. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, Gamma zunächst zu bestimmen, um mit dessen Hilfe dann x und y und mit Hilfe des Sinussatzes zu berechnen. Gut, schauen wir uns ein weiteres Beispiel auch an. Und zwar jetzt die Berechnung eines Winkels. Wenn wir jetzt in diesem Dreieck 3 cm die eine Seite und 4,7 cm die andere Seite gegeben haben und 30 Grad einen Winkel haben, dann können wir jetzt Alpha wiederum mit Hilfe des Sinussatzes bestimmen. Ich möchte jetzt nun auch gerne, dass du dieses Beispiel selbstständig löst und wir dann gemeinsam die Lösung miteinander vergleichen. Du kannst dieses Video hierzu nun stoppen. Gut, schauen wir uns gemeinsam die Lösung an. Wir haben jetzt die 3 cm und den gegenüberliegenden Winkel 30 Grad gegeben. Wir haben die 4,7 und den gegenüberliegenden Winkel Alpha nicht gegeben. Das heißt, eine Größe ist unbekannt, aber wir haben wiederum die Beziehung Seite und den gegenüberliegenden Winkel. Also können wir hier den Sinussatz verwenden. Der Sinussatz läuft dann so ab. 3 durch Sinus Alpha, also 3 durch Sinus 30 Grad, ist gleich 4,7 durch den Sinus von diesem unbekannten Winkel Alpha. Immer Seite durch gegenüberliegenden Winkel und dieses Verhältnis setzen wir gleich. Und dann erhalten wir, wenn wir das umformen, Sinus Alpha ist gleich 4,7 mal Sinus von 30 durch 3. Wenn wir diese Gleichung umformen, erhalten wir den Sinuswert und wenn wir das jetzt ausrechnen, die rechte Seite, dann erhalten wir ungefähr, dass Sinus Alpha rund 0,7833 ist. Okay, gut. Jetzt haben wir aber den Sinuswert von unserem Alpha Winkel. Jetzt möchten wir aber Alpha auch bestimmen. Und Alpha können wir jetzt dahingehend bestimmen, wenn wir jetzt den Akusinus, den Sinus hoch minus 1, auf diese Gleichung anwenden. Das heißt, Alpha ist der Akusinus von 0,7833. Das entspricht genau manchmal der Tast des Sinus hoch minus 1. Und wenn wir diesen Wert dann bestimmen, dann erhalten wir, dass Alpha rund 51,56 Grad groß ist. Das heißt, wir können auch mit Hilfe des Sinussatzes Winkeln bestimmen, wobei hier ganz wichtig ist, dass wir den Sinuswert von diesem Winkel zunächst bestimmen und daraus mit Hilfe des Akusinus den Winkel Alpha dann bestimmen, beziehungsweise dann das Winkelmaß Alpha berechnen können. Das heißt, die Winkel im Sinussatz können mit Hilfe des Akusinus, das entspricht manchmal der Tast des Sinus hoch minus 1, weil es ja die Umkehrfunktion zum Sinus ist, berechnet werden. Merke dir das wirklich ganz, ganz gut. Schauen wir uns jetzt aber auch die Berechnung von einem stumpfen Winkel an. Dazu betrachten wir das nächste Beispiel auf deinem Arbeitsblatt. Und zwar haben wir hier ein Dreieck gegeben mit zwei Seitenlängen und einem Winkelmaß und einem Alpha-Winkel, der auch gegenüber einer Seitenlänge 9,8 liegt, aber er ist ein stumpfer Winkel, er ist größer als 90 Grad. Und wir können diesen Winkel hier wieder mit Hilfe des Sinussatzes, wie vorhin, auch bestimmen, indem wir Seite durch gegenüberliegenden Sinuswert von einem Winkel bestimmen, beziehungsweise aufstellen, und dann aus dieser Gleichung den Sinuswert wieder berechnen. Und in diesem Fall wäre dann durch diese Gleichung der Sinuswert von unserem Alpha-Winkel 0,868, wenn wir 9,8 mal Sinus 28 durch 0,5,3 berechnen. Dann hat jetzt aber diese Gleichung zwei verschiedene Lösungen, wenn man sich jetzt das Intervall 0 und 360 Grad anschaut. Und diese beiden Lösungen können berechnet werden, einerseits durch den Akkusinus, Alpha 1 ist der Akkusinus, der wäre 60,23 Grad, und auf der anderen Seite hat aber auch dieser Sinuswert eine andere Lösung, und zwar wenn wir im Einheitskreis hineinschauen, dann gibt es genau auf der anderen Seite im zweiten Quadranten auch eine Lösung, und die kann man berechnen durch 180 minus unseren Alpha-Wert, das wäre 119,70 dann. Und der gesuchte Stumpfe-Winkel in diesem Fall wäre jetzt nun eigentlich nicht die 60 Grad, so wie wir es normal berechnen würden, sondern die 119,7 Grad, also der zweite Winkel, Alpha 2. Und es gibt jetzt nun allgemein ja tatsächlich zwei Dreiecke mit diesen gegebenen Abmessungen, das Dreieck ABC und das Dreieck A' B und C. Wenn wir unten in diese Grafik, in dieses Dreieck hineinschauen, dann erhalten wir einmal das Dreieck ABC, wo wir diese Maße haben, und einmal aber das Dreieck A' B und C, das ebenso diese selben Abmessungen hat, 5,3 als eine Seite, 9,8 und die 28. Und wir sollen jetzt nun erklären, warum jetzt Alpha' 180 Grad minus Alpha gilt. Alpha' ist der Winkel bei A' und Alpha ist der Winkel bei A. Okay, wenn wir jetzt nun dieses Dreieck A' A' C anschauen, dann erhalten wir, dass das ein gleichständiges Dreieck ist und dass die Basiswinkel hier gleich groß sind. Das heißt, es tritt auch hier dieser Winkel Alpha' auf. Die zwei Winkel unten sind gleich groß und wenn wir jetzt nun anschauen, was mit Alpha und das mit Alpha' hier passiert, dann sehen wir, dass sie sich auf 180 Grad ergänzen und damit die Gleichung gilt. Alpha' plus Alpha ist 180 Grad. Also gilt insgesamt die Beziehung Alpha' ist 180 minus Alpha. Das heißt, der zweite Winkel ist in dem Fall 180 Grad minus Alpha. Das erkennen wir anhand von diesen beiden Dreiecken, die sich mit denselben Abmessungen ergeben. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass du Bescheid weißt, ob es sich um ein Dreieck mit einem stumpfen Winkel oder einem Dreieck mit einem spitzen Winkel handelt, weil demnach auch die Berechnung von diesem Alpha-Winkel auch unterschiedlich abläuft. Wirklich kontrolliere das zuvor, ob es sich um stumpfwinkeliges oder spitzwinkeliges Dreieck handelt und gehe dann Schritt für Schritt so vor, wie wir es jetzt in diesem Beispiel dann gemacht haben. Du siehst also, der Sinussatz wird eigentlich sehr oft verwendet, wenn wir Seite und gegenüberliegenden Winkel auch gegeben haben und dadurch Verhältnisse auch aufstellen können. Der Sinussatz ist ein ganz wichtiger Satz, der für viele Berechnungen im allgemeinen Dreieck verwendet werden kann. Also merke ihn dir gut und übe ihn auch anhand von vielen Beispielen. In unserem nächsten Video werden wir uns einen weiteren Satz anschauen, der im allgemeinen Dreieck gilt. Das wird der Kosinussatz sein. Ich freue mich darauf. Seitdem wir den